Ich bin heute optimistischer, als ich das noch Anfang Jänner war. Das hat damit zu tun, dass ich den Eindruck habe, dass die vorsichtige Öffnung, die wir vor einer Woche bekannt gegeben haben, auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dass sich die Menschen bewusst sind, dass wir einen wichtigen Schritt in die Normalität des Lebens gesetzt haben, dass damit auch Zuversicht eingekehrt ist ins Land, dass wir aber auch vorsichtig bleiben müssen. Wir wissen heute nicht, wie sich das Virus auswirkt aufgrund dieser Öffnung, aber ich persönlich bin sehr, sehr optimistisch, weil ich sehe, dass etwa diese so umstrittenen Freitestungen plötzlich in einer nie dagewesenen Zahl stattfinden. Wir haben in der Steiermark in der letzten Woche an die 230.000 Testungen durchgeführt. Da sind die Betriebstestungen, die in die Zehntausender gehen und die Selbsttestungen noch gar nicht dabei. Wissen Sie, das ist für mich so ein Beweis dafür, die Österreicherin, der Österreicher braucht so ein kleines Stupsel zum vollendeten Glück, um wieder zum heiligen Friseur gehen zu können. Da ist der Freitest selbstverständlich. Und wenn wir das schaffen, wenn wir testen, 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 dann ist das die Alternative zum Lockdown. Daran müssen wir uns halten. Daran werden wir uns halten, weil es meines Erachtens dazu außer dem Lockdown keine Alternative gibt. Und das ist keine Alternative. Aber wir müssen wachsam bleiben. Ich bin, und ich sage es ein drittes Mal, jetzt eigentlich sehr optimistisch, auch wenn ich mit den Zahlen im eigenen Bundesland nicht zufrieden sein kann. Aber testen ist das Gebot der Stunde. Dann werden wir diese Krise vielleicht schneller überwinden. als wir glauben. Dann werden wir das, was wir alle ersehnen, aber nicht versprechen können. Nämlich im Bereich der Kultur, im Bereich des Sports, im Bereich der Gastronomie einen Schritt zu wagen, früher zustande bringen, als wir es erahnen. Aber wir wissen es nicht. Dann. Dann. Dann.